Jungs und Mädels, was geht da ab? Heute möchte ich euch mal die 10 meiner Meinung nach besten Roblox-Spiele gegen Langeweile zeigen. Alle davon machen, finde ich persönlich, wirklich sehr viel Spaß. Teilweise spielt man dort einzelne Runden, teilweise geht es aber auch um eine Story, die wirklich sehr, sehr spannend und fesselnd ist. Da sollte also für jeden von euch auf jeden Fall etwas dabei sein. Wir beginnen also mit dem ersten Spiel. Ich werde euch alle kurz und knackig vorstellen und alles, was euch irgendwie anspricht, könnt ihr dann ja einfach selber ausprobieren. Und zwar wäre das einmal A House with No Name. Hier seid ihr einen Detektiv, der verschiedene Rätsel lösen muss, um eben durch ein Haus zu kommen. Das ist also eher ein Story-Spiel und meiner Meinung nach macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß und ist auf jeden Fall auch ziemlich fesselnd. Dann machen wir weiter mit dem Spiel Neighbors. Hier könnt ihr einfach durch die Gegend laufen und mit anderen Leuten reden. Es gibt hier also in dem Sinne kein Ziel oder keine Story. Stattdessen könnt ihr einfach andere coole Leute finden, mit denen ihr euch unterhalten könnt. Als nächstes kommen wir dann zu der Kategorie Parcours und hier hätte ich erst einmal den Parcourslauf für euch. Eine Runde geht hier nur ein paar Minuten. Ihr spielt gegen andere Spieler. Alle laufen durch einen Parcours und wer als erstes im Ziel ist, hat gewonnen. Ansonsten solltet ihr auf jeden Fall auch mal einen Obby-Parcours ausprobieren. Hier gibt es eben ganz verschiedene. Eine einfache Obby, eine schwere Obby, woran man auch mal ziemlich verzweifeln kann. Da müsst ihr natürlich selber entscheiden, worauf ihr am meisten Bock habt. Sucht einfach nach Obby-Parcours und dann werdet ihr da auf jeden Fall fündig. Dann kommen wir jetzt zu den Shootern und auch hier habe ich einige für euch mit dabei. Und zwar wäre meine fünfte Empfehlung dann Bad Business. Das ist ein Shooter, wo ihr auch eure Waffen anpassen könnt. Dementsprechend meiner Meinung nach relativ cool, weil ihr euch da sozusagen auch einfach hochleveln könnt und das Ganze eben nicht nur nach einer Runde wieder aufhört. Dann hätten wir das Spiel Entrenched. Hier kämpft ihr zusammen mit eurem Team gegen ein anderes Team. Das Ganze ist eben im Setting vom Ersten Weltkrieg gehalten. Es gibt also beispielsweise Gräben, Häuser, hinter denen ihr euch verstecken könnt und so weiter und so fort. Generell die Landschaft ist meiner Meinung nach sehr, sehr cool gehalten und gerade weil das eben so einen Teamcharakter hat, macht dieses Spiel meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr viel Spaß. Auf Platz 7 und damit dann auch der letzte Shooter ist Frontlines. Das ist ein sehr, sehr guter und realistischer Shooter, der auch ziemlich an Call of Duty angelehnt ist. Außerdem habe ich dann noch zwei Horrorspiele für euch mit dabei und wir beginnen mit Apeirophobia. Das basiert eben auf den Backrooms. Ihr seid also in endlos großen Räumen gefangen und werdet eben sozusagen von jeder Ecke aus beobachtet. Nummer 9 ist Rooms & Doors. Auch hier seid ihr in einem Labyrinth an Räumen gefangen, aber ihr seid nicht alleine, denn ihr werdet verfolgt. Und zu guter Letzt haben wir dann noch realistisches Autofahren. Hier könnt ihr euch eins von vielen verschiedenen Autos schnappen und einfach durch die Gegend fahren. Und wie der Name ja auch schon sagt, ist das Ganze eben sehr, sehr realistisch gehalten, weshalb das meiner Meinung nach auch wirklich relativ viel Spaß macht. Schreibt mir doch sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt als erstes ausprobieren werdet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich auch wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!